Funkgeräte 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 Ja, der Funkkontakt ist prima wie die Funkgeräte auch Ich funk mehrmals hintereinander Samstagabends funk ich auch Meistens Dienstagabends funk ich unseren Produzenten an Das ist der, der immer sagt Musik Deutsch, das kommt gut an Funkgeräte 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 Weil täglich funkt uns Collies Um ein paar Geld hinterher Das geht leider oft verloren Irgend schlechter Funkverkehr Doch das landet dann bei einem Dem es dadurch besser geht Und er kauft sich von dem Supergeld Ein duftes Funkgeräte 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 Okay, es ist nicht jeder Sinn, der wach zu funken Hat doch mit der Taiman Elektronik Schalt' ich's Funky einfach ab Obwohl... Ich find Funkgeräte super Ich find Funkgeräte prima Handys find ich auch ganz gut Doch dies ist für mich kein Thema Wegen Funkgeräte und Diebenmarkt Und Handys zwölfmal mehr Und mein Funky kriegen auch nicht Wenn ich mal Geschlechtsverkehr Funkgeräte 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 Vielen Dank.